Hier im Hintergrund kannst du ein paar Einnahmen von Digistore24 sehen, die in den letzten Tagen reingekommen sind. Hier zum Beispiel am 16. waren es 114 Euro, am 14. 176 Euro oder an manchen Tagen auch sogar 397 Euro an einem einzigen Tag, wo reine Provisionen sind. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, du kannst das komplette System, das ich auch dafür nutze, 1 zu 1 kopieren und mit nur einem einzigen Klick für dich umsetzen. Und falls du dich jetzt fragst, warte mal, wie soll das funktionieren, dass ich so ein System 1 zu 1 kopieren kann und mit nur einem einzigen Klick das Ganze importieren kann. Das Ganze werde ich dir in dem Video jetzt verraten, weil ich durfte das 100k Business testen und ich bin absolut davon überzeugt, weil die Ergebnisse sprechen, glaube ich, für sich, die du hier sehen kannst. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich dir jetzt gleich zeigen. Vor allem das Beste daran ist, du brauchst keinerlei Vorerfahrung, du brauchst keine technischen Kenntnisse, weil du ganz einfach den Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen kannst und das System wirklich in einem Klick aufbauen kannst und dann für dich arbeiten lassen kannst. Deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt direkt in den Mitgliederbereich und ich zeige dir alles, wie das Ganze von innen aussieht und was hier der bombastische Vorteil für dich ist, der dir über ein Jahr lang an Zeit ersparen wird. Also springen wir hier direkt mal in den Mitgliederbereich. Wir sind hier bei den Profit Buddies und das hier ist das One-Click-Copy & Paste 100k Business. Dieses Business-Modell hat dem Gründer Daniel bereits über 100.000 Euro an Provision eingespielt und das ist einfach wirklich eine Summe, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Und du kannst sein System jetzt eins zu eins komplett nachmachen oder besser gesagt kopieren, für dich einfügen und das Ganze für dich laufen lassen. Wir gehen jetzt hier einfach mal in den Mitgliederbereich rein, dass du weißt, um was es hier alles geht. Du siehst hier das 100k Business. Insgesamt haben wir fünf Module und 26 Lektionen, wo dir wirklich alles eins zu eins erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Kurs starten und hier ist natürlich am Anfang erstmal die Einleitung. Ganz wichtiger Punkt, Mindset, die Erfolgsgrundlage für jeden Einzelnen. Wenn dein Mindset einfach kacke ist, dann wirst du niemals einen Erfolg haben. Daniel hat dran gedacht, hat den Mindset-Part reingepackt, der 10 Minuten geht. Schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ich kann es jedem auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Jetzt kommen wir zu dem ganz interessanten Part und zwar dem 100k Master Funnel. Um was geht es jetzt hier also eigentlich konkret? Viele von euch kennen vielleicht Affiliate-Marketing, hatten bisher aber noch nicht wirklich die Erfolge mit Affiliate-Marketing, die sie sich gerne erhofft hätten oder die sie auch gerne bei sich selber sehen würden. Das liegt zu 99% daran, dass die meisten Leute aktuell kein E-Mail-Marketing nutzen und einfach immer versuchen, Traffic auf irgendeine Landingpage zu leiten, um dann die Verkäufe abzustorben. Das funktioniert aber in den meisten Fällen nicht einfach so gut, weil viele Kunden kommen zwar auf die Landingpage, kaufen aber einfach nicht und dementsprechend gehen euch dann wertvolle Kunden verloren, weil der eine Kunde hat vielleicht keinen Bock, das Produkt X zu kaufen, aber bei dem Produkt Y würde er vielleicht sofort zuschlagen. Wenn ihr jetzt also die Leute nur normal auf eine Landingpage schickt, also im Prinzip eine Landingpage, wie ihr es gerade eben halt auch schon gesehen habt oder ganz normal kennt, eine normale Website halt, wo ein Produkt oder ein Kurs verkauft wird, ist die Chance wie gesagt relativ gering, dass die Leute eben direkt kaufen. Anders sieht es aber bei E-Mail-Marketing aus. Das heißt, wenn sich Leute in eure E-Mail-Liste einmal eingetragen haben, könnt ihr den 10 Mal, 100 Mal oder vielleicht sogar 1000 Mal verschiedene E-Mails schicken, wo ihr eben ganz verschiedene Produkte bewerbt und dadurch erhöht ihr eure Chancen um keine Ahnung wie viel, hunderte Prozent, aber auf jeden Fall um extrem viel, weil der Kunde eben nicht nur einmal ein Produkt von euch sieht, sondern hunderte Male vielleicht und dementsprechend steigt auch die Chance, dass er irgendwann das Produkt von euch kauft. Und genau das könnt ihr mit dem 100k Business umsetzen. Das hier ist der 100k Master Funnel. Ihr könnt im Prinzip eine vorgefertigte E-Mail-Kampagne mit über 130 E-Mails. Ich wiederhole es nochmal, ihr habt über 130 vorgefertigte E-Mails, die ihr sofort mit einem einzigen Klick importieren könnt und dadurch könnt ihr euren Funnel einfach direkt laufen lassen. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, sind Leute in eure E-Mail-Liste reinzukriegen und falls ihr euch jetzt denkt, hey Lukas, ich habe keine Ahnung, wie ich Traffic generiere auf meine E-Mail-Liste, dass sich da Leute eintragen, auch daran hat der Daniel gedacht und euch alles Schritt für Schritt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte euch jetzt aber zuallererst mal das Herzstück zeigen und zwar, wie können wir eben das Ganze in Klick-Tipp integrieren. Und das Ganze ist wirklich extrem einfach, du siehst, das Video geht keine 4 Minuten und der Daniel redet am Anfang erstmal 30 Sekunden, um euch zu erklären, um was es in dem Video überhaupt geht. Deswegen, ihr könnt das Ganze in weniger als 2 Minuten aufsetzen und wie einfach das Ganze funktioniert, werde ich euch jetzt einfach mal geschwind zeigen. Ich kann euch leider nicht den kompletten Ablaufprozess zeigen, weil ich sonst den Link präsentieren würde, wie ihr das Ganze im Prinzip importieren könnt. Deswegen zeige ich euch einfach mal nur, was ihr klicken müsst und ihr habt das Ganze im Prinzip sofort automatisch in eurem Klick-Tipp-Account integriert. Falls ihr jetzt zum Beispiel irgendein anderes Affiliate oder besser gesagt E-Mail-Marketing-Tool nutzen wollt, wie zum Beispiel Funnel Cockpit oder Quenten, könnt ihr das Ganze genauso einfach integrieren. Ich würde euch empfehlen, fangt am besten mit Klick-Tipp an, ist für die Anfänger eigentlich am besten geeignet und eins der besten E-Mail-Marketing-Tools, wenn nicht vielleicht sogar das beste E-Mail-Marketing-Tool, was es da draußen gibt. Hier kannst du dir einfach einen Klick-Tipp-Account anlegen, das heißt, falls du noch keinen Klick-Tipp-Account hast, kannst du das Ganze hier direkt erledigen. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part, und zwar hier kann man den 100k Master Funnel Klick-Tipp-Import direkt mit einem einzigen Klick machen. Wir öffnen jetzt hier einfach mal die neue Seite. Und das Einzige, was ihr jetzt hier machen müsst, ist euch im Prinzip einloggen mit eurer E-Mail-Adresse von Klick-Tipp, euer Passwort eingeben, anmelden und ihr seht hier schon die komplette Kampagne importieren. Kampagnenvorlage, One-Click, Copy & Paste, 100k Business ohne Tracking importieren. Wie funktioniert das Ganze also? Ihr macht einfach eure E-Mail rein, euer Passwort, geht auf Anmelden und schon wird automatisch die komplette Kampagne in euer Klick-Tipp importiert. Und damit du das Ganze jetzt mal wirklich live siehst, wie es der Daniel in seinem Kurs auch zeigt, werde ich einfach mal das Video an der Stelle laufen lassen, wo man den Import-Link noch nicht sehen kann. Logischerweise, wenn ihr das Ganze nutzen wollt, schaut unten mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch das 100k Business verlinkt, da könnt ihr direkt drauf zugreifen, euch den Sonderdeal noch sichern, solange es zu dem Preis aktuell auf dem Markt ist und könnt das ganze Ding mit einem einzigen Klick in euer Klick-Tipp importieren. Wie das Ganze jetzt genau abläuft, wird euch der Daniel hier in dem Video jetzt auch nochmal erklären, deswegen seid auf jeden Fall gespannt und schaut euch die 1-2 Minuten an, wo der Daniel erklärt, wie das Ganze genau funktioniert. Das war jetzt im Prinzip nach dem Schritt, nachdem wir uns hier angemeldet haben, kommen wir auf eine Seite, die sieht so aus, Kampagne importieren und wie es jetzt genau weitergeht, wird euch der Daniel in dem Video auch nochmal erklären. Das ist nochmal neu, hier unten siehst du nämlich zusätzliche Felder, 136 E-Mails, alles das wird hier für dich mit importiert. Dann drückst du auf Vorlage importieren. Achso, ja gut, das ist natürlich jetzt hier mein Beispiel, darum ich habe das schon. Dann mache ich das jetzt mal Videoanleitung. So, dann auf Vorlage importieren. Also bei dir wird das mit dem richtigen Namen direkt funktionieren, dadurch, dass das ja hier mein Live-Account ist, hat er jetzt natürlich da kurz gemosert. So, und jetzt siehst du bereits, er hat hier oben, und das ist jetzt hier das Neue, diesen kompletten Funnel, den allerersten, der jetzt hier bei mir natürlich auch gestoppt ist, den hat er komplett für dich, wir gehen jetzt hier mal auf Übersicht, importiert. Du siehst jetzt hier alle E-Mails. Und damit du auch siehst, dass die E-Mails ... Und wie du sehen kannst, es sind insgesamt 136 E-Mails importiert worden, was absolut eine crazy Nummer ist, weil es dir ein Jahr lang an E-Mail-Marketing-Arbeit ersparen kann. Und das Geniale an der ganzen Geschichte ist, du musst jetzt nicht mal in jede einzelne E-Mail reingehen, um deinen eigenen Affiliate-Link einzufügen, so wie es jetzt vielleicht bei vielen Anbietern der Fall wäre, sondern der Daniel hat sich wieder was extrem Geniales einfallen lassen. Und zwar kannst du hier unten einfach komplett automatisch hier in Klicktipp deine Affiliate-ID einfügen. Das zeigt dir der Daniel in dem Video hier zum Beispiel, wie du mit einem einzigen Klick deine komplette Affiliate-ID einfügen kannst, sodass er automatisch allen 136 E-Mails hinterlegt ist. Das heißt, wenn irgendjemand in deiner E-Mail-Kampagne was kauft, bekommst du auch deine Provision gutgeschrieben, so wie es bei mir hier aktuell auch der Fall ist. Wie du sehen kannst, hier teilweise 294 Euro an einem Tag, 156 Euro an einem Tag, 311 Euro an manchen Tagen oder auch sogar mal 397 Euro an einem einzigen Tag. Und das Ganze komplett passiv, weil der Funnel einfach automatisch im Hintergrund läuft und jeden Tag automatisiert E-Mails an neue Kunden rausschickt, die sich eben eingetragen haben in den E-Mail-Funnel. Wenn du jetzt genau wissen willst, wie man Traffic generiert, wie man das alles perfekt umsetzt, dann kann ich dir wirklich nur das 100k Business ans Herz legen, sichere dir den Kurs, solange es noch zu dem Schnäppchenpreis aktuell auf dem Markt ist, wie es gerade ist. Ich habe dir das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du kannst das Ganze, wie gesagt, mit einem einzigen Klick importieren. Das Einzige, was du dann noch machen musst, ist Traffic auf deine Landingpage zu leiten, dass Leute sich in dein E-Mail-Funnel einleiten, eintragen und du kannst hier jeden Tag automatisiert Provisionen verdienen, egal was du gerade machst. Ob du jetzt unterwegs bist, mit deiner Freundin irgendwo chillst oder vielleicht gerade beim Essen bist, du kannst trotzdem Provisionen verdienen und zwar 24-7. Falls das Ganze für dich interessant klingt, schau auf jeden Fall unterhalb von dem Video in der Videobeschreibung, da habe ich dir das 100k Business verlinkt. Schlag auf jeden Fall zu, es ist meine persönliche Empfehlung. Ich nutze das Ganze selber und hätte ich das Ganze vor einem halben Jahr schon entdeckt, hätte ich mir so viel Arbeit und Mühe sparen können, weil hier eben alles für dich komplett abgenommen wird. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche dir extrem viel Erfolg mit dem 100k Business. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist meiner Meinung nach eines der genialsten Produkte gerade aktuell auf dem Markt. Deswegen lasst dir die Chancen in den gehen und schlag auf jeden Fall bei dem Preis zu, solange es noch aktuell zu dem Preis auf dem Markt verfügbar ist. Viel Erfolg mit der Methode. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao.